Ja, mein Name ist Thomas Zeinzinger, ich hoffe, Sie haben jetzt ausreichend gegessen und sind ordentlich müde. Und weil ich ja natürlich irgendwann gedacht habe, nach Mittag ist das immer etwas schwierig, habe ich den Vortrag relativ stark mit Videos befüllt. Das heißt, Sie müssen bei mir nicht wahnsinnig viel lesen. Etwas dazusagen tue ich natürlich, aber ich habe auch recht viele Videos eingebaut. Ja, auch mit dem Hintergrund, dass man gewisse Systeme, glaube ich, ohne Videos gar nicht erklären kann, was die denn wirklich zum leisten im Stande sind und wo man jetzt so im täglichen Leben hingeht. Wenn man sagt, IoT im täglichen Leben und IoT im Sinne von vernetzten Devices, die mit dem Internet in irgendeiner Form interagieren. Damit Sie ein bisschen ein besseres Bild machen können, wo ich herkomme, ich bin einer von diesen roten Markern da auf der Landkarte, nämlich in Graz. Es gibt eine Ansammlung von Blockchain-Hubs. Das heißt, wir beschäftigen uns mit einer Technologie, die bei Bitcoin verwendet wird. Also alle, die jetzt noch nie Blockchain gehört haben. Bitcoin verwendet diese Technologie, beziehungsweise Bitcoin ist die erste, wenn man so sagen möchte, Killer-App für eine Blockchain-Anwendung. Und mittlerweile ist es so, dass das einfach sehr viele Firmen und Institutionen sich für diese Technologie interessieren, weil sie bestimmte Fähigkeiten hat, eben die man bis jetzt so nicht realisieren konnte. Wir sehen uns als Not-for-Profit-Organisation, wo wir eben diese Thematik rund um Blockchain versuchen, denen zu erklären, die jetzt nicht unbedingt aus dem technischen Umfeld kommen, beziehungsweise, weil es eigentlich eine Schnittstellen-Thematik ist, dass wir das soweit auch mit verschiedenen Organisationen diskutieren, die dann gegebenenfalls einen Vorteil daraus haben. Kurz zu meiner Person, also Sie sehen da unser Team quasi und auch die Vertreter von den anderen zwei Städten, Berlin und Brüssel. Die anderen, was Sie vorher vielleicht von den Markern her gesehen haben, die sind so in der Warteschleife, mit denen wird eben gerade gesprochen. Zu meiner Person, ich bin gebürtiger Niederösterreicher, also fast schon zu Hause jetzt. Ich komme aus einem Städten, bin aber schon sehr lange in der Steiermark unten. Aktuell lebe ich eben in Graz und wir haben dort unsere zwei Kinder in der Schule. Also wenn es um Bildungsthematiken geht, sind vorher immer wieder angelungen oder so, da habe ich auch so meine Leidensgeschichte beizutragen. Und habe in Joben studiert, ein technisches Studium, Werkstoffwissenschaften, war dann lang im Automobilzuliefer- und Energiebereich tätig und habe mich vor gut drei Jahren davon verabschiedet und habe eben die Selbstständigkeit angegangen, habe ein Beratungsunternehmen, habe ein Coworking-Space, wo wir Startups inkubieren, quasi dabei unterstützen, ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Und eben jetzt so das letzte Betätigungsfeld, das ist der Bereich rund um Blockchain-Thematiken. So, da muss ich jetzt auch ganz kurz Werbung machen. Wir haben einen Contest laufen, also sollten Sie jemanden kennen, der sich mit Blockchain auseinandersetzt. Wir haben aktuell einen Wettbewerb laufen, wo wir entsprechend Preisgeld ausschreiben und bis 31. Oktober ist die Einreichfrist. Ist spannende Geschichte. Ich kann nachher ein paar Flyer da lassen für die, die sich mehr interessieren dafür. So, was war mein Thema? Mein Thema eben im täglichen Leben. Und es war so ein bisschen mehr auf Smart Home, selbstfahrende Autos und Roboter im privaten Umfeld. Auf das habe ich es dann auch konzentriert. Sie haben dann auch einen Vortrag rund um Health und entsprechende Gadgets, die man auch in dem Umfeld irgendwie verwendet. Deswegen finden Sie das jetzt bei mir nicht. Auch wer davon profitiert, wer die Verlierer sein können und wie wir irgendwie im täglichen Leben dann mit so vielen Einzelmännchen zurechtkommen. Das war irgendwo so die Vorgabe. So, und jetzt ganz in dem Sinn, gleich die Frage, wer kennt dieses Buch von Gunter Dück? Keiner. So, also für alle, die sich irgendwie für Innovatoren oder Early Adopters halten von neuer Technologie, das ist eher der Autor, der was in die Richtung schlägt. Ja. Und sollten Sie in Ihrem Bekanntenkreis Leute haben, die eher allen skeptisch gegenüberstehen und dem entsprechenden Widerstand entgegenbringen, denen können Sie das Buch vom Herrn Spitzer empfehlen. Ja. Weil das trifft nämlich eigentlich so die 50 Prozent, deswegen habe ich das auch so dargestellt, so ein bisschen mit den Farben. Ja. Die 50 Prozent der, die eher so Late Follower sind und Lagards, wie man das gern bezeichnet, also die Leute, die zuerst mal das negative Erneuerungen sehen und dann erst, wenn ganz viele das verwenden, auch wirklich selbst auf den Zug aufspringen. Deswegen hat der Herr Dück, der ist eher da so in diesem roten Bereich unterwegs, ja, nicht in dem rosa Bereich. Das heißt, der Herr Dück verkauft viel weniger Bücher als wie der Herr Spitzer. Der Herr Spitzer trifft einfach an Geschmack und an Einstellung von Leuten, die einfach in der Bevölkerung wesentlich breiter vertreten ist. Das heißt, wenn Sie jetzt zu die Innovatoren gehören oder zu die Early Adopters, die alle Gadgets mal haben müssen und mal rumspielen damit, ja, dann gehören Sie zu diesen 12 bis 15 Prozent von der Bevölkerung und Sie sollten sich dessen bewusst sein, ja. Es ist ja jetzt nichts Schlechtes, dass die anderen vielleicht etwas verhalten, auf neue Neuerungen reagieren, sondern es ist halt einfach so. Aber es muss Ihnen auch bewusst sein, dass Sie nur zu einem kleinen Teil der Bevölkerung gehören, in dem Bezug. So, ein bisschen zurück in der Geschichte, ja, ich hupfe jetzt ganz weit zurück, da kann sich jetzt keiner mehr erinnern dran, aber 1900 in New York, wer kennt das Bild? Keiner gut zeigt, findet irgendjemand das Auto in diesem Bild? Ich glaube, ihr habt da einen Leser, ihr habt da einen Pointer drauf, oder? Ich zeige es Ihnen. Da ist es. Da ist ein Auto. 1900. Ja, das heißt, alles Pferdekutschen, massiv mobilisiert, das war glaube ich Ostern oder irgend sowas, wo auch wirklich viel los war und in erster Linie, ja, zu dem Zeitpunkt Pferdekutschen. Sondern in dem selben Zeitraum fallen mehrere technologische Entwicklungen rein. Und wie Sie vielleicht wissen, am Anfang beim Auto wusste man ja nicht, wird es ein Elektroauto, fahren wir mit Holzvergaser oder irgendwie Kohle oder haben wir möglicherweise einen Benzinmotor drinnen. Das heißt, so vor 100 Jahren waren wir sich gar nicht sicher, fahren wir vielleicht elektrisch. Zum Elektrischen, ich erspare Ihnen das Footage, aber im Prinzip, es gab einen ziemlichen Kampf zwischen Wechselstrom und Gleichstrom. Wechselstrom und Gleichstrom. Der Herr Edison war eben ein Verfechter von Gleichstrom. Und der Tesla hat den Wechselstrom propagiert, beziehungsweise Westinghouse hat den Wechselstrom propagiert. Und der Herr Edison hat im Endeffekt den Wechselstrom dafür verwendet, aufzuzeigen, wie gefährlich das ist. Hat dann entsprechend die Tiere massakriert. Das war im Endeffekt eine Tötung eines Elefanten, der drei Wärter umgebracht hat. Können wir jetzt nirgendwo auch relativieren. Es gibt immer noch vier Bundesstaaten in den USA, die die Tötung mit Strom zulassen. Also quasi Todesstrafe mit Strom gibt es noch. Und rund um das Thema Strom hat sich halt schlussendlich, wie wir alle wissen, der Wechselstrom durchgesetzt. Gleicher Zeitraum. Der Herr Marconi hat das Telegrafieren erfunden. Da gibt es recht viele Diskussionen rund um das, wer war das? Irgendwo hat der Herr Tesla gesagt, der Marconi ist ein netter Kerl, lasst ihn weiterarbeiten, er verwendet 17 meiner Patente. Also ein sehr umtriebiger Italiener, der, wenn man es so will, auf der Titanic sehr viele Leben gerettet hat. Hätte es da oder keine Möglichkeit geben, des kabellosen Übertragens von Informationen, dann hätte kein Schiffguss, dass dort irgendwie alle Leute gerade absaufen. Also es ist aber eine Technologie, die gerade im Entstehen war. So, wie hat sich das weiterentwickelt? Jetzt springen wir 13 Jahre nach vorne. Das ist New York, 13 Jahre später. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da irgendwo hinweisen kann, ob ein Pferdekutschen umfährt. Ich glaube nicht. Was sich wirklich entwickelt hat, ist die Fotopäu-Idee. Ja, das könnte natürlich auch an den Dingen liegen, die ich quasi aus dem Internet mir jetzt einfach rauskopiert habe. Vielleicht gibt es besser aufgelöste Scans von den Bildern. So, die drei Herren, also der Herr Tesla, der Herr Edison und der Marconi, eben ein Kroate, ein US-Amerikaner und ein Italiener. Marconi war in England tätig, Tesla war in den USA tätig. Ja, und Alva Edison war halt dort irgendwie am Tun, wo er auch zu Hause war. Aber es war natürlich auch nicht nur ein genialer Erfinder oder alle drei waren geniale Erfinder. Das waren auch sehr umtriebige Menschen. Der Herr Edison hat ein unglaubliches Gespür für Geschäft gehabt. Und der Herr Tesla hat das zum Beispiel nicht gehabt. Der Herr Tesla ist eigentlich vor Abend gestorben. Sehr zurückgezogen alleine. Marconi weiß nicht, wie schlussendlich das Leben ausgegangen ist, aber im Prinzip, das sind sehr, sehr erfolgreiche, spannende Persönlichkeiten, die unglaublich viel weitergebracht haben in einem sehr kurzen Zeitraum in der Geschichte. Aber was können wir daraus lernen? Wir können im Endeffekt sagen, Innovationen, wenn man sich das jetzt mit dem Auto anschaut, die können eigentlich nicht aufgehalten werden. Wenn was spannend ist, wenn was gut ist, dann setzt sie sich auch durch. Wenn man jetzt vergleicht an Edison und an Tesla, ein Innovator, ein Erfinder ist nicht zwangsläufig ein guter Unternehmer. Das passt nicht unbedingt zusammen. Ich brauche möglicherweise beides. Manchmal ist es sogar in einer anderen Person kombiniert, aber es hängt nicht zwangsläufig zusammen. Die Übergangszeit, die kann verhältnismäßig kurz sein. Auch damals oder so hat sich eigentlich nicht alles so schnell geändert. Würde man heute sagen, aber 13 Jahre, wenn man sich die Straßen anschaut von New York oder so, ist es schon sehr beachtlich. Und diesen Leuten ist es völlig wurscht, in was für einem Land sie leben. Sie gehen dorthin, wo sie das umsetzen können, was ihnen am Herzen liegt. Das ist ein wesentlicher Aspekt und ich glaube, man soll es nicht außer Acht lassen, weil das heute um nichts anders ist, wie da früher. Die Leute, die in irgendeiner Weise, und es ist heute eigentlich noch wesentlich leichter, dass ich einfach irgendwo hingehe und dort irgendwo mein Geschäft starte. Früher war das vielleicht noch deutlich nationalistischer geprägt und es war wesentlich schwieriger, da einfach in ein anderes Land zu gehen. Deswegen wird es nicht so die Massenbewegungen geben haben, aber wenn Sie sich das Start-up-Umfeld in der aktuellen Welt anschauen, dann sehen Sie eine unglaubliche Dynamik von Leuten, die halt dorthin gehen, wo eben das, was sie machen wollen, auch gefragt ist. So, Smart Home und IoT, also ich habe da quasi diese zwei Kategorien und ich glaube, jeden von uns Smart Mieter kennen wir. Bei der smarten Zahnbürste, dort wird es dann schon irgendwie fragwürdig oder so für den einen oder anderen. Smart Watch, ja, gibt es wahrscheinlich doch auch da herinnen ein paar, die was vielleicht auch nicht haben. Der Kühlschrank, der Ihnen alles irgendwie bestellt, wenn irgendwas schlecht wird oder wenn irgendwas nachbestellt werden muss, wenn es irgendwie ausgeht und so weiter, da gibt es schon Filme, das sind fünf Jahre alt oder so, wie groß das Volumen ist an smarten Kühlschränken oder so, weiß ich nicht. Das wahrscheinlich Nützlichste daran ist der Wetterbericht, den ich direkt auf dem Display am Kühlschrank kriege, aber das zeigt mir irgendwie der Computer an und mein Handy auch. Also ich weiß nicht genau, ob das irgendwie die Killer-Applikation ist. Und Smart Water Heater, das war überhaupt das Spannendste, was ich je gesehen habe. Ja, ein Gerät, das mit Wireless LAN, mit Ihrem Handy kommuniziert, bei dem Sie dann, wenn Sie nicht vergessen haben, Wasser nachzufüllen am Abend, zwei Minuten länger im Bett bleiben können, weil Sie schon vom Bett aus mit Ihrem Handy den Wasserkocher starten können. So, ich gebe Ihnen nur ein paar weitere Beispiele. Sie merken schon auf der Betonungsschiene, dass ich heute der Meinung bin, dass es nicht unbedingt alles sinnvoll ist, was man auch tut. So, zum Beispiel der Quirky Eggminder. Dieses Gerät kann Ihnen sagen, dass die Eier ausgehen und welches das älteste Ei ist, was Sie zu Hause haben und wie viel das Sie zu Hause haben. Es kostet zwar nicht viel, aber ich frage mich echt, ob das Geld nicht besser gespendet worden wäre. So, die Onvix Profix Zahnbürste, die kann nicht nur toll Zähne putzen, sondern die verbindet Sie mit Ihrem Handy und Sie können in Ihrem Mund nachschauen, wie denn da irgendwie so der Zustand Ihrer Zähne ausschaut und können das live mit beobachten auf dem Handy. Und auf Facebook posten. Genau, und auf Facebook posten. Es kostet 400 Dollar oder so, das ist jetzt nicht so wahnsinnig billig, aber es gibt möglicherweise einen Markt dafür. Ein spannendes weiteres Device, die Happy Fork. Bei der geht es ganz darum, wie Sie essen. Das heißt, Sie gehen her und übermitteln die Daten über Ihre Essgeschwindigkeit an den Verkäufer dieser tollen Gabel. Kostet 65 Dollar, also ist auch keine wirkliche Okkursion. Wir machen da sicher einen guten Schnitt, weil produziert wird sicher dort, was günstig ist und die Herstellkosten sind sicher weit, weit, weit unter dem Verkaufspreis. Also es gibt Devices, wo man irgendwie sagt, die, die sagt Ihnen, ob Sie irgendwie vielleicht zu schnell essen und da Ihre Essgewohnheit und das können Sie Ihnen dann in einer Grafik anschauen und dann können Sie quasi anpassen. Ich denke mir dann manchmal, es sollte eine höhere Macht geben, die was uns dabei hilft, solche Sachen zu vermeiden. So, jetzt kommen wir ein bisschen ins Ernsthaftere, ja dort rein, wo ich glaube, dass sehr wohl der Mehrwert drinnen steckt und das ist bei Anwendungen wie Werken-Dollar Nest. Okay. Nest hat Google vor einigen Jahren für, glaube ich, 3,2 Milliarden Dollar gekauft. Ist ein Smart-Home-Ausstatter. Das heißt, die machen Feiermörder, Dermostat, Kameras, die man sich reinstellen kann. So, jetzt dann sagen wir mal, es ist Google, ja. Das heißt, Google hat ein unglaublich wertvolles Unternehmen, jetzt nach Bewertung von Google hat, sich gekauft und arbeitet ganz intensiv daran, das Thema Smart-Home entsprechend zu erschließen. Ich werde Ihnen eins davon zeigen, damit Sie sich vorstellen können, wo wirklich auch image-mäßig dafür geworben wird. Wir haben jetzt, das sind amerikanische Image-Videos, da sehen Sie irgendwie, wie Produkte verkauft werden und wie sie auch verkauft werden müssen, wenn Sie irgendwie die breite Masse in so einem Land erreichen wollen. Das heißt, Sie haben, Sie haben, Sie haben, Sie haben, in less than a minute and see your home in beautiful high definition video use it to solve mysteries the big ones and the little ones you'll get an alert if there's motion or sound and you can talk back Henry bad boy it lets you see once the lights go out so you can take care of the things that go bump in the night and with a Nest Aware subscription you can even go back in time to save the moments you want to remember Nest Cam keep an eye on what matters to you from anywhere so Nest aber es gibt es gibt natürlich auch noch ich sag mal jetzt abgesehen von 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 Google wenn ich es jetzt wenn ich Nest einmal einfach mit Google gleichsetze gibt es natürlich auch spannende andere Weiterentwicklungen im Heimautomations- oder Smart Home-Bereich und da stelle ich Ihnen jetzt mal die Entwicklung von Amazon vor Amazon hat Alexa entwickelt Alexa ist sowas wie Siri glaube ich kennen die meisten wo man eben über Sprachsteuerung oder über quasi mit seinem Telefon reden kann Alexa ist was ähnliches nur dass es eigentlich gestartet hat mit einem Bluetooth-Lautsprecher den Sie sich zu Hause einfach hinstellen der im Netz verbunden ist und der quasi auf Sie hört wenn Sie hergehen und sagen Alexa irgendwas stellen eine Frage dann beantwortet Alexa diese Frage es hat es lange jetzt nur im Englischen gegeben mittlerweile gibt es es auch im Deutschen also Sie finden bei Computerbild gibt es ein Video da sehen Sie einfach so ein Testgespräch zwischen Computerbild-Redakteur und diesen Echo Dot System von Amazon also es gibt drei verschiedene Geräte und man redet mit diesem Gerät wie wenn da ein Mensch wäre dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann wieder ein Image-Video ja es ist nicht diese klassische Anwendung aber ich habe mir die anderen Sachen angeschaut das ist gar nicht so weit hergeholt das ist natürlich da so ein bisschen schön gefärbt aber man kann mit dem Gerät so reden wie da in diesem Image-Video so das ist meine Maus Alexa 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 who ist on the calendar today? You have 12 events scheduled Alexa call me Uber your river will arrive in 2 minutes Alexa what ist the wildlife today? There ist 100% chance of showers Alexa Alexa pair my Bluetooth speaker okay pair Alexa it's time to reorder some paper towels okay order placed Alexa play my garage music play your garage please I'm firing music Alexa give me some jazz play some jazz from prime music Alexa who is this? this is Kate McBasket by Lovatone Alexa turn that up Alexa ask Delmanos to send me my last order okay order placed hey isn't that Jason Schwartzman? no it's not him I would know if that was him I'm pretty sure it's him okay Alexa who stars in Mozart and the Devil? stars include Malcolm McDowell Jason Schwartzman ah see haha okay Alexa change the backwards up to 65 degrees okay Alexa lights off okay Alexa good night good night sleep tight Das wünscht man sich richtig Wie bitte? Das wünscht man sich richtig so Also die Geräte ich war selber extrem erstaunt ich bin hin und her geschwankt so irgendwie jetzt wo so ein Test quasi gemacht wird mit dem Gerät oder eben so ein Image Video hernehmen aber der Test ist je nachdem wie man sieht ja unglaublich beeindruckend wie natürlich sich das anfühlt wenn man mit so einem System redet aber es geht ja nicht nur quasi eben so so Systeme wie jetzt eine Next-Kamera in jeden Raum bei Ihnen zuhause also ein Alexa-System verteilt über die verschiedenen Räume wo Sie quasi mit einer unter Anführungszeichen künstlichen Intelligenz weiß ich nicht ob es wirklich eine künstliche Intelligenz ist laut Definition das wissen Sie vielleicht besser als wir aber zumindest in einer Art natürlichen Sprache mit einem System reden können aber es geht dann auch so und ich habe ja quasi so die Vorlage gekriegt auch in Richtung Robotik ja jetzt bin ich aber nicht in Service Roboter gegangen sondern eher in soziale Roboter und jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel von einem gerade in Entwicklung befindlichen sozialen Roboter der auch diese ganzen Fähigkeiten was wir jetzt bei Alexa schon gesehen haben mit sich bringt ja so und da müssen wir jetzt ein bisschen hinspringen hier 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 Hi, Jeebo. Jeebo helps everyone out throughout their day. He's the world's best cameraman. By intelligently tracking the action around him, he can independently take video and photos so that you can put down your camera and be a part of the scene. Jeebo, take a picture. He's a hands-free bumper. You can talk to him, and he'll talk to you back so you don't have to skip a beat. Excuse me, and? Yes, Jeebo. Melissa, just sent a reminder that she's picking you up in half an hour to go grocery shopping. Thanks, Jeebo. He's an entertainer and educator through interactive applications. Jeebo can teach. Let me in, or else I'll... And I'll... And I'll blow your house in. Hey, where'd you go? There you go, Mom. He's the closest thing to a real-life teleportation device. He can turn and look at whoever you want with a simple tap of your finger. Check out my turkey dinner, Mom. I wish you wouldn't eat dinner. Hey, baby turkey pizza? I want turkey pizza. And he's a platformer. So his skills expand, or he'll be able to connect to your home. Welcome home, American. Hey, buddy. Can you order some take-off for me? Sure thing. Chinese, as usual. You know me so well. And even be a great wingman. You have a voice message from Ashley. Want to hear it? Absolutely. Hey, call me when you're home. Better make that take-off for two, Jeebo. You've dreamt of it for years, and now he's finally here. And he's not just an aluminum shell, nor is he just a three-house-his-water-sister. He's not even just a connected device. He's one of the family. Jeebo. This is a robot. What was on the last example, or the before, is actually IoT. I see no need to be able to do it. Ohne dem würde das gar nicht funktionieren. Bitte? Das würde ja gar nicht funktionieren. So? Alexa oder so hat die Intelligenz nicht im Gerät. Schaut so aus. Das zweite genauso. Im Endeffekt, Sie können mit dem komplett interagieren, wenn das mit dem Internet verbunden wäre, würde dieser ganze Service gar nicht funktionieren. Ziel funktioniert auch nicht? Eben. Offline. Offline unmöglich. So. Was kostet so? Kann man vorbestellen. Ja. 9. 10. 9. 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 Wie hat das denn gesagt worden, in Bezug auf Mobilität? Ich war vor kurzem bei einem anderen Vortrag. Und dort hat, ich sage mal, einer, der es weiß, weil er eben in einer Firma arbeitet, die für große Automobilhersteller, ich sage mal, sehr viel von der Motorenentwicklung machen. Und insofern weiß er, was solche Autos an Daten aufzeichnen und insofern weiß er, was an Daten an die Automobilhersteller geschickt werden. Und wenn man dort irgendwie anspricht, dass man irgendwie, wenn man glaubt, dass man ein aktuelles Fahrzeug hat in einer deutschen Oberklasse, das Fahrzeug, das weiß alles und das schickt alles. Also wie viele Leute da drinnen fahren, wie sie fahren, wo sie fahren, was sie genau tun, wie sie interagieren mit diesem Fahrzeug, alles. Das ist nicht so, dass da irgendwie jemand fragt, darf ich das machen? So, müssen wir ein bisschen beschleunigen. So, zum Thema mobiles Fahren. Die meisten Autos stehen rum, eine Stunde wird es im Durchschnitt bewegt. Pro Tag. Und 94% der Unfälle sind durch Menschen verursacht. Alleinig aus dem heraus macht es Sinn, erstens auf automatische Fahrzeuge zu gehen. Und, um diese besser auszulosten, nämlich weniger automatische Fahrzeuge für viele und die Verkehrsunfälle zu reduzieren. So, die Legislative, die wird sich da noch ein bisschen schwer tun oder so, geht davon aus, aber es macht Sinn. Es gibt mehrere Aktivitäten, sei es jetzt von Mercedes, Volvo, Tesla, Google, Chevrolet und sonstige Fahrzeuge. Ich zeige Ihnen trotzdem jetzt, auch wenn ich nur mehr ganz wenige Minuten habe, nein, ich zeige Ihnen keinen Film. Ihr redet einfach drüber und dann kommen wir zu den Risiken, dass ihr über die zumindest drüber gehen könnt. Ja, Local Motors hat ein öffentliches Fahrzeug automatisch fahrend vorgestellt. Local Motors druckt diese Auto in ein 3D-Druckverfahren. Das heißt, denen geht es darum, dass die lokal produziert werden, in der Form und dann automatisiert rumfahren. Natürlich gibt es das Ganze auf dem Transportsektor auch. Otto ist nicht der Otto-Versand, sondern Otto ist ein Start-up in Amerika. Wurde von Uber für 600 Millionen, glaube ich, gekauft. Hat eben LKWs, selbstfahrende LKWs entwickelt, beziehungsweise ein System dafür. Tesla macht auch Witze, wenn Sie irgendwie ein lustiges Video sehen wollen. Der Ticket-Avoidance-Mode von Tesla, sehr spaßig. Im Prinzip, der will ja Tickets draufstecken und der Tesla fährt halt immer davon, beziehungsweise macht Kontermaßnahmen. Ein TED-Talk von Google, sehr, sehr, sehr spannend. Da sieht man, wie viele Daten eigentlich von so einem selbstfahrenden Fahrzeug, wie es vorher auch schon angesprochen worden ist, aufgenommen werden. Wem gehören denn diese Daten? Diese vielen Aktivitäten, die ein selbstfahrendes Fahrzeug eben aufnimmt. Und ich soll die Risiken rausstreichen und da kommt als erstes einmal Zero Privacy. Also im Prinzip, nichts mehr ist privat. Auch wenn man jetzt sagt, es gibt einen Bekannten, Don Tapscott, der sagt, Privacy is the foundation of a free society. Ich bin auch der Meinung, dass es sein sollte. Privacy in solchen Systemen gibt es gar nicht mehr. Da werden Vectors eingebaut. Google hört Ihnen bei allen zu, was Sie irgendwie tun, auch wenn Sie es nicht aktivieren. Das nächste ist, der Gesetzgeber ist eigentlich völlig überfordert mit der Situation. Da kommen dann Diskussionen, Kontaktdaten von WhatsApp Richtung Facebook und umgekehrt. Darf das sein? Soll da irgendwie was gemacht werden? Da wollen wir irgendwie Facebook dazu zwingen, dass sie Postings löscht. Normalerweise würde man sagen, das kann ja nicht sein. Was ist irgendwie mit freiem Journalismus? Uber hat Kontroversen überall verursacht. Unemployment. Das nächste mögliche Problem, dass eigentlich diese Automatisierung und diese ganzen Aktivitäten durchaus dazu führen können, dass es irgendwie massive Jobverluste gibt. beziehungsweise, dass eigentlich Kapital und Automation alles dominiert. Und da kommt es dann in die Richtung, dass es, ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist, 62 Menschen auf der Erde besitzen so viel wie die andere Hälfte von der ärmeren Weltbevölkerung. Und wenn Sie sich jetzt die Kurve anschauen, wie sich das entwickelt, dann geht es wahrscheinlich bald einmal auf 30 runter. Und die Frage ist, ob eben, ob wir eine E-Corp oder eine Evil Corp, das ist eine Analogie aus einer bekannten Serie, Mr. Robot, jeder, der so ein bisschen in die nerdige Richtung schlägt oder so, dem gefällt es. Ja, es könnte sein, dass eine Corporation eigentlich die komplette Kontrolle übernimmt. Und das Vierte, was ich herausstreichen würde, ist einfach Security. Sie kennen es aus den jüngsten Meldungen. Tesla wurde gehackt, hat, also es sind alles Meldungen, die sind wenige Tage erzahlt. Man braucht für so Meldungen nicht zurückgehen. Tesla hat ein massives Sicherheitsupdate für ihre Autos gefahren, weil das sich bewegende Autos von dieser chinesischen Firma, die den Hacker aufgezeigt hat, gebremst werden konnte. Die haben sich durchgearbeitet bis zur Bremse runter. Open SSL, jede Menge an Sicherheitslücken aufgedeckt. In Frankfurt weiß man irgendwie eigentlich vom BND seit 2005, dass die NSA durch die Sicherheitskameras von einer amerikanischen Firma schaut und hat nichts gesagt, weil man irgendwie anscheinend gern mit einer Zusammenarbeit und Google hat jetzt den Schutz für einen Blocker übernommen, der eine der größten DDoS-Attacken gerade erfahren hat müssen und zu einem massiven Anteil auch von IoT-Devicen gesteuert. So, das wäre es jetzt im Schnelldurchgang und ich freue mich auf die Fragen. So, wer hat Fragen? Kein einziger bei dem spannenden Thema, das muss ich gestehen, überrascht mich ja jetzt direkt. Ich hätte eine kleine Anmerkung, oder ja, Frageanmerkung, gerade Richtung Rahmenbedingungen. Wie, wie, wohin geht der Trend, Richtung, sage ich einmal, flexibel im Umgang mit Vorschriften und solchen Dingen. Also, gerade beim Safe Driving Car gibt es ja das eine Problem, dass man als Programmierer müsste man ein Auto so programmieren, dass es eigentlich der STVO gehorcht, was jetzt nicht jeder Fahrer jederzeit tut. Und gerade in vielen Versuchstellungen gibt es da ja auch Probleme. Gibt es irgendwie Richtungen, dass man sagt, okay, auch die können sich irgendwie menschliches Verhalten anpassen, auch wenn das jetzt nicht wirklich immer 100% nach den Regeln geht, oder beziehungsweise wie, 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 gibt es da irgendeine Ausblicke hin? Ich möchte es noch mal einen Ansatz geben, Herr Ballack. Man müsste den Paragraf 2 mit einbeziehen, den Vertrauensgrundsatz. Also, wenn es, wenn es von Google irgendwie, wenn man sich die Sachen anschaut, was Google sagt, Google hat ja doch einige Unfälle auch mit ihren selbstfahrenden Autos gehabt. Und das war durchaus bedingt dadurch, dass die so eine defensive Fahrweise gehabt haben, die Fahrzeuge. Und das hat Google sehr wohl als Anschluss dafür genommen, dass man irgendwie das so weit weiterentwickeln muss, dass man eben nicht 100% nach der STVO fährt. Und wenn Sie sich irgendwie das Video anschauen, den TED-Vortrag, da ist eine sehr spannende Szene drinnen, so ungefähr, da fährt das Google-Auto hin. Und dann fährt eine Frau, aber man sieht das nur in diesen Radaraufnahmen und scanns quasi, also nur so eine Punktewolke, und dann fährt eine Frau im Rollstuhl hinter einer Ente noch. Und dann sehen Sie quasi, wie da so eine Rollstuhlfahrerin vor diesen selbstfahrenden Autos irgendwie rumfährt und da die Ente rumläuft. Und auf sowas muss das Fahrzeug hin reagieren können, auch wenn es völlig unprogrammierbar ist. Das geht ja gar nicht. Ich kenne so ein Problem das Konvoi-Fahren, weil ich sehe, je nach STVO-Konvoi fahren würde, bleiben stehen auf der Bahn. Vielleicht nur die Lüge. Klar, ja. Also ich kenne ein sehr großes Problem, nämlich in Amerika gibt es diese Vierweg-Schilder, Stoppschilder. Das heißt, es gibt keine Ampel, sondern da wird dann durch Handsignale eigentlich vereinbart, wer zuerst fährt. Wie macht man denn das mit einem selbstfahrenden Auto? Das ist meines Wissens noch eines der ungelösten Probleme. Also ich glaube, dass im Bereich selbstfahrende Autos in Singapur macht man schon die ersten Versuche. Es wird wahrscheinlich so kommen, dass in bestimmten Bereichen das Selbst, also das durch Menschenfahren verboten wird. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil die größte Gefahr im Straßenverkehr ist eigentlich das durch ein Menschen betriebene Fahrzeug. Aber nicht nur Menschenfahrt, sondern auch Menschenkörpers. Das heißt, Sie haben dann eigene Straßen, Skinasysteme, hüttliche Skinasysteme, für die Selbstzweifung, aber dann kann ich das auch vorstellen. Möglich, mögliche Übergänge oder eben, oder wirklich für die Fußgänger einen eigenen Bereich. In Amerika gibt es eine Stadt, wo Tests gemacht werden mit selbstfahrenden Fahrzeugen und da sind die Bürger der Stadt verpflichtet, Smart Devices zu tragen, weil darüber die Fahrzeuge die Bewegung der Bürger identifizieren können. Ohne dieses Device darf man nicht auf die Straße gehen. Irgendwo in Amerika. Gut, ich glaube, das Thema ist wirklich sehr kontroversiell. Ich würde beinahe vorschlagen, dass man vielleicht in kleineren Gruppen dann diskutiert, für die Kaffee-Junkies, so wie ich. Der Kaffee wird gerade hergestellt und herberichtet und es geht wieder eine Viertelstunde und dann wieder weiter mit dem nächsten Vortrag. Ich muss mich leider nachher verabschieden oder so, wenn wer Fragen hat oder so. Ich bin jederzeit über alle möglichen Sozialkanäle erreichbar. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.